Hallo aus der ProKlima-Zentrale, wir sind hier im Praxisschulungsraum. Zu Besuch ist Philipp Küchler aus der Schweiz, aus dem Ausland aus der Schweiz. Und ihr seid jetzt vielleicht viel unterwegs und es gibt Handwerkern und Planern Tipps zu sicheren Unterdächern. Was ist denn da so der Basistisch? Also das Wichtigste ist, dass man in der Norm bleibt, dass man weiß, welche Norm haben wir, was müssen wir für ein Unterdach verbauen. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass man ein geprüftes System anwenden mit abgestimmten Produkten. Und wenn ich jetzt weiß, nach welcher Norm, wie wähle ich denn das Unterdach dann aus? Für das haben wir unsere neue Unterdachbroschüre, wo einfach und übersichtlich alles erkennbar ist. Okay, und mit welchem System arbeitest du am liebsten? So persönlich? Mein persönlicher Favorit ist die Veldano, vorkonvektioniert. Und da habe ich eine riesen Zeitersparnis auf der Baustelle und habe das Dach extrem schnell zu, wenn da das Wetter nicht so gut ist. Dankeschön! Und wenn ihr mehr wissen wollt, kontaktiert uns einfach oder kontaktiert unsere Außendienstler. Dann bis zum nächsten Mal!